Wir sind jetzt zurück und jetzt schauen wir mal, ob das Longboard und der Cityroller noch da ist. Leolo Freunde, heute sitze ich mit meiner Freundin wieder gemeinsam im Bus. Das heißt, wir fahren wieder los. Und zwar haben wir jetzt Freitagmorgen und wir fahren nach Köln auf die FIWO. Das ist so eine Fitnessmesse, wer es nicht kennt irgendwie. Und ja, da nehme ich euch auf jeden Fall mit hin. Da campen wir natürlich auch wieder auf dem Campingplatz. Den zeige ich euch dann auch mal ein bisschen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. So Freunde, wir sind jetzt eine Stunde vor Köln sozusagen. Ich brauchte mal eine kleine Pause für mein Beinchen und wollte mich mal vertreten ein bisschen. Sehr gut durchgekommen bis jetzt. Auto läuft super. Wer schon seit einem Jahr dabei ist ungefähr oder ziemlich genau im Jahr, der weiß, was letztes Jahr passiert ist. Und ansonsten verlinke ich euch das mal am Ende des Videos und unten in der Infobox. Und dann könnt ihr euch das gerne nochmal angucken, wie das nämlich letztes Jahr abgelaufen ist, der Hinweg. Und ja, wir begeben uns jetzt gleich wieder weiter und freuen uns schon auf den Campingplatz und werden dann mal ein bisschen Köln erkunden. Und dann können wir uns jetzt gleich wieder auf den Campingplatz und werden dann wieder auf den Campingplatz und werden dann wieder auf den Campingplatz. So Freunde, wir sind jetzt angekommen auf dem Campingplatz. Alles gut soweit. Wir sind gut durchgekommen. Stehen jetzt. Werden jetzt so ein bisschen den Bus mal vorbereiten. Und ihr habt jetzt gerade gesehen, nochmal, wie wir hier angekommen sind. Und zwei kleine Aufnahmen von der Toilette bzw. von den Sanitäranlagen habe ich nochmal ganz kurz gemacht. Auch alles wunderbar. Und dann sehen wir weiter, dass wir mal ein bisschen die Stadt erkunden. Und dann sehen wir weiter. Ja, das für 11 Euro. Ah, okay. Dankeschön. Danke. Danke. So Freunde, wir sind jetzt auf dem Kölner Dom angekommen. Das erste Mal, dass wir hier hochgelaufen sind. Es ist ja wirklich nur über Treppen. Und ich muss sagen, mit meiner... Gehen Sie ruhig. Mit meiner Kondition ist es etwas anstrengender als für andere Leute vielleicht. Aber ja, ich kann es nur empfehlen. Ich kann hier jetzt allerdings nicht so viele Videos machen, weil das nur für private Zwecke genutzt werden darf. Und deswegen lasse ich es auch lieber, bevor man da irgendwie jetzt ein bisschen Stress bekommt. Ihr habt gesehen, dass wir oben waren. Das reicht mir jetzt. Und wir genießen jetzt noch ein bisschen die Aussicht. Wir sind jetzt zurück. Und jetzt schauen wir mal, ob das Longboard und der Cityroller noch da ist. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Hat ein bisschen Schitz, dass die vielleicht geklaut werden, weil wir ja nur so ein kleines Schlösslein ran gemacht haben. Aber wir sind guter Dinge. Eben waren wir noch ein bisschen was zum Grillen einkaufen. Das habe ich euch ein bisschen erspart. Shoppen waren wir eben noch ein bisschen. Haben aber nichts gekauft leider. Ja, wir haben leider nichts gefunden. Und jetzt geht es eben zurück auf den Campingplatz. Ein bisschen was essen, frisch machen und so. Und den Abend noch ein bisschen genießen. Da sind die guten Dinger. Also nicht berührt worden anscheinend. Da im Hintergrund seht ihr jetzt gerade so ein bisschen den Campingplatz. Und wir haben jetzt gerade erst erfahren, dass man da nicht grillen darf. Letztes Jahr haben wir es einfach gemacht und wurden einfach nicht entdeckt. Oder beziehungsweise haben wir uns auch nicht versteckt. Aber wurde halt nicht gesehen. Und jetzt sitzen wir hier halt quasi direkt am Rhein. Und ja, hier habe ich unser kleines Lager jetzt aufgeschlagen. Das sieht so aus. Wir haben so einen kleinen Einweggrill, weil wir diesmal keinen Bock hatten auf dem Dreibein. Das dauert immer so lange. Grillkohle mitnehmen, dies, das. Das reicht auf jeden Fall für uns beide. So, der Grill läuft ganz gut. So sieht der ganze Tisch hier jetzt aus. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen was Gesundes. Eher für meine Freundin, weil meine Freundin ist Vegetarierin. Ja, und mit dem Ausblick können wir jetzt gleich auch alles schön genießen. Zusätzlich macht Julie jetzt gerade noch ein paar Kartoffeln beim Bus und so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd so getrennt. Aber muss eben sein, weil wir da eben nicht grillen dürfen. Und ich reiz schon mal den Grill an. So, jetzt ist Julie auch da. Kartoffeln sind da. Wir sind bereit zum Essen. Also jetzt guten Appetit. So haben wir den Abend ausklingen lassen. Ich sehe sie. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich sehe sie dir gerne. Auf einmal.